Ekelhaft gelacht, auf einmal guckt, das steht hier im Boot Karma Aber drei Hacks, klick hier, das ist so lustig Nein, das brauchen PIN Also, da Echt jetzt Da brennt unser Helikopter Alter, ich raste auf, Alter Was hier gerade passiert ist, ist folgendes Hardware DOC und FGT haben unseren Helikopter aus der Safe Zone rauskatapultiert Und zwar indem sie ein Fahrrad runtergelegt haben und es geflippt haben Dummerweise fehlt genau das Stück von der Aufnahme Ich weiß nicht, warum es erst später angefangen hat Und ja, ich nehme alles auf und genau das fehlt Ist natürlich jetzt ein bisschen beschissen Wir haben es eigentlich auch schon bei einem Adnan gemeldet Können so jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass irgendwas passiert den Leuten Weil wir einfach keine handfesten Beweise haben Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da auch schon negative Erfahrungen gemacht habt Wir haben gesehen, als meine Freundin auf dem Server auch gejoint war Einen anderen Trader habe ich gesehen, dass sie dort auch wieder rumgetrollt haben und so Aber wir haben jetzt natürlich wirklich keine Beweise Deswegen lassen wir das jetzt alles mal so stehen Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch schon negative Erfahrungen gemacht habt Und jo, dann weiter mit Text Ja, ich will mir jetzt kein SUV kaufen, da kommen wir auch nicht zu Nico Ja, ist ja das, ist halt echt witzlos Kommt ruhig mal mit dem Auto da zur Küfte Mein Kollege hat sich schon darauf eingestellt, dass es jetzt nass wird Also du kannst auf die, auf die eine Insel rüberschwimmen Da kann man mit dem Auto rüberfahren Ja, auf die kontaminierte, ne? Dein Manga hat unser Auto kommt, äh, sein Helikopter kommt Alter, der hat uns richtig gefickt, Alter Der Wichser, Alter, der soll mich zu dem hin teleportieren, damit ich ihm mit der Schippe einen auf die Fresse geben kann Ja, ja, sag mal Edmund, der soll mir hier lieber mich da hinbohren, anstatt dass ich hier durchs Wasser gucke Alter, voll traurig, drüben liegt so der, der, der Helikopter Ach du Scheiße, wie langsam schwimmt man denn Ja, kommst du? Ja So Vielleicht, würdmest du, äh, frierst du oder so Echt? Nein, ich weiß nicht, wohl voll traurig, da liegt so der Helikopter Cool, guck mal auf die Karte, wie für mich das geschwommen ist Ja, weißt du, wie langsam das ist, ich bin, ey, wahrscheinlich schwimmt seit 3, 4 Minuten Das Ufer ist 25 Meter hinter mir Hahahaha 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 Warte, ach du jetzt So ne richtige Missgeburt, Mann Ja, sowas hasse ich aus Safe Zone, Alter Das hatte ich ja in den Arma 2 in dem einen Video auch Da hatte auch einer aus dem anderen seinen Helikopter weggeboxt Aus Safe Zone rausgeboxt und dann zerstört Ja, aber warum flippt er sein scheiß Fahrrad unter unserem Das war Absicht, das war pure Absicht Ja, natürlich war's Absicht, klar Klar war's Absicht Der wollte halt einfach unseren Helikopter kaputt machen Ich verstehe, um sich richtig glücklich zu machen Guck mal, was ich jetzt sag Hier ist gerade einer mit dem Fahrrad vorbeigeheizt Guck mal, wie langsam Hä, ich weiß Alter Wir müssen ja wieder mit dem Auto rumgucken, Mann Und ich hab noch 5 Kanister vorher reingehauen, ne LOL Oder 4 Und die 10 M107s, die im Helikopter waren, oh mein Gott Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Nice Da ist der Helikopter Dumm Eli Check mal kurz, ob da zu ist wenn du offen ist ist unser tag gerettet er wird jetzt echt tag wieder gewählt er ist offen oder was wir kommen dich holen dann nehmen wir den SUV danach gleich wieder zum trader mit verkaufen den SUV ich fliege mit dem helikopter zum helikopter trader runter holen jetzt einen neuen helikopter oder machen mit dem erst meine mission keine ahnung ich mache jetzt eine rescue mission im wasser halbe strecke hast du das war noch schlappe 400 meter 300 meter nirgendwo ihr könnt euch ja einmal aus der luft geben wie schnell man schwimmt können wir luft rettung machen aber ich habe keine lust meine waffe zu verlieren Uwe ne ich auch nicht verschwende ruhig unseren sprit nicht dein ernst weil es geil ist wir hatten das nie probiert gleich den SUV noch mitnehmen nö lass ihn nicht an Black Hawk Down können wir machen da gibt es ein Heli der Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nur als Beifahrer, nur als Co-Pilot Da ist dieses Drecksfahrer Ich hole mal ein paar Kanister und gebe sie dir dann rüber, Uwe, ne? Ja Bauraummunizierung, wo heisst? Kauf der Ja, nix mehr im Schlüssel, ja Kann ich hier auch Geld abheben? Ja Reichen zwei, äh, fünf Kanister? Joa, muss man ein Bei der eigentlich schon 100 Liter Sicher schalten Der wird 3000 geben, wenn man verkaufen Ich hab grad Ding, äh, warte Einmal rein Train for rotate, left rotate ist schon nicht richtig Bandage auch? Reviews? Nee, Bandage regelt nicht so krass Fünf Prozent noch Jetzt ist was reingegangen Aber auch Jetzt haben wir 192 Liter drin Also hat's diesmal funktioniert? Ja, so mehr oder weniger Aber irgendwie, alles ging nicht rein Vielleicht verschittet er die Hälfte oder so Komisch Nico, kommst du? Komm, wie viel Kanister hast du mir gegeben? Fünf, das müssten allein 100 Liter sein 100 Liter sein Aber so viel sind nicht rein Auf jeden Fall nicht Sind die Hälfte vielleicht rein Ich hole mir noch einen Maxi-King Die was? Gibt's eine Slotmaschine? Nein Ja, man kann hier gamblen Was? Ich hab gegambelt Für 100 Krypto kannst du reingambeln Boah, warte, ich muss mal kurz Krypto holen Ich hab schon zweimal Toilettenpapier-Rolle bekommen Was kommt bei einem dritten? Mal gucken, was da noch Hier, das ist geil Ey, ich hab dreimal Toilettenpapier-Rolle bekommen Krieg ich jetzt das? Ja, schon 95 Krypto Auch Gammel 192 Liter haben wir jetzt drin Okay Oh, da kommt geile Zaun Ja, da kommt mit Zaun und Bilder Ist richtig wie im Casino Du verlierst auch nur Ich sag, ist wie im Casino Oh, ich hab ein Geschenk Im ersten Dann hab ich Ein Klopapier-Rolle Was? Ja, er ist schon verloren Ernsthaft? Brauchst drei kleine Ja Das dauert alles bei dir auch so lange gedauert? Ja, das dauert über 7 lange Also die Spannung ist beim zweiten Ding schon weg Ja Ja, das ist okay So Leil Oh ja, jetzt ist der Wo mach ich das bei Go back Einmal Klopapier Oh, oder was? Oder Apps Slot Machine da Ja, genau Leil Spin Zweimal Klopapier Gib mir das Klopapier Ich hab Knifte Dreimal Klopapier Uhu Ja Ich krieg einfach weniger für als in der Zeit Oh, und das ist safe Das kostet 95 Bauhausstrike Das ist ne Mission Ja, dann hin Einmal Klopapier Gib mir das O.C. Müssen wir kurz was erledigen O.C. O.C.